Fühlst Du Dich oft negativen Einflüssen ausgesetzt und wünschst Dir einen energetischen Schutzmantel, um in Deiner Kraft zu bleiben? Diese Meditation bietet Dir die Möglichkeit, einen starken, lichtvollen Schutz um Dein Energiefeld zu errichten, das nicht nur Dich selbst schützt, sondern wenn Du möchtest auch Deine Liebsten in Licht und Liebe hüllt. Bist Du bereit, Deine Aura mit einer kraftvollen Schutzenergie zu stärken und Dich in einem Feld von reiner, positiver Lichtkraft zu verankern? Dann setze oder lege Dich nun bitte bequem hin und schließe Deine Augen. Nimm Dir einen Moment, um ganz bei Dir anzukommen. Beobachte Deine Atmung. Dein Einatmen und Ausatmen. Jeder Atemzug, den Du mit Deiner liebevollen Aufmerksamkeit beobachtest, bringt Dich mehr zu Dir. Erlaube Dir, Deinen Atem zu beobachten, wie er durch Deinen Körper strömt, Dich mit Präsenz erfüllt, Dir die Möglichkeit schenkt, ganz bei Dir zu sein. Einfach nur bei Dir. Alles Äußere rückt in den Hintergrund, während Du Dich weiter auf Deinen Atem konzentrierst. Deinen Brustkorb hebt und senkt, Dich mit Leben füllt und mit Nähe, der Nähe zu Dir. Spüre, wie alle Anspannung, alle Sorgen mit jedem Atemzug weichen, als würden sie in weite Ferne rücken und Dir genau das erlaubt, noch mehr bei Dir selbst anzukommen, in diesem Moment. Du bist im Hier und Jetzt, in diesem gegenwärtigen Moment Deines Lebens. Genieße es, einfach zu sein, bei Dir zu sein. Richte Deine Aufmerksamkeit nun bitte auf Dein Herz. Dein Herz bietet Dir Zugang zur seelischen Dimension Deines Seins. Atme in Dein Herz ein und aus. Erlaube, dass es sich dabei immer mehr öffnet. Spüre, wie die Mauern, die wir oft um unser Herz errichten, langsam sinken. Atme in Dein Herz ein und sage Dir innerlich, ich bin Liebe. Atme aus und wiederhole innerlich, ich liebe. Wiederhole dies ein paar Mal. sage Dir beim Einatmen in Dein Herz, ich bin Liebe. Und beim Ausatmen, ich liebe. Erlaube damit, der Energie bedingungsloser Liebe beim Einatmen in Dein Herz zu strömen und beim Ausatmen aus Deinem Herzen heraus in Dein Sein zu strömen. Atme Liebe ein und aus. Liebe ist ein mächtiges Wort mit einer hohen energetischen Frequenz. Lade Dich mit der hoch schwingenden Liebe auf, denn Liebe heilt alles. Liebe ist stärker als Angst, Stress, Sorgen oder Schmerz. All diese niedrig schwingenden Energien lösen sich unter der hoch schwingenden Liebe einfach auf. Höhere Energie löst alles niedrig auf. Höhere Energie löst alles niedrig auf. Vertraue darauf, das geschieht ganz von selbst, wenn Du Dich dafür öffnest. Öffne Dich für die Energie der Liebe. Öffne Dich für die Energie der Liebe. Sie hat so lange auf Dich gewartet. Einatmen. Ich bin Liebe. Ausatmen. Ich bin Liebe. Ausatmen. Ich bin Liebe. Begib Dich noch weiter in Dein Herz hinein. Lass Dich ganz in Dein Herz hineinfallen. In die stille, ruhende, liebevolle Präsenz Deines Herzens. Je tiefer Du in Dein Herz sinkst, desto mehr öffnet sich jetzt die seelische Dimension Deines Seins. Lass los. Lass für diesen Moment einfach geschehen. Gib Dich ganz hin. ganz hinein in Dein Herz. Und gleite damit in die unendliche Weite Deines Seins hinein. Hier ist es ganz still. Ganz friedlich. Und Du schwebst in dieser stillen, friedlichen Präsenz. Und Du schwebst in dieser stillen, friedlichen Präsenz. Sehen und Sonnen. Tauche immer mehr ein in diese friedvolle Unendlichkeit Deines Seins. Die immer schon war und immer sein wird. Die immer schon war und immer sein wird. Doch Du bist so viel mehr. Doch Du bist so viel mehr. Die Quelle allen Seins. Die alles in sich trägt. Die alles in sich trägt. Die alles in sich trägt. Aus dieser Quelle entspringt nun ein heller, weißer, leuchtender Strahl, der durch die Weiten des Universums direkt in Dein Herz strömt und Dich im genau richtigen Maß mit aller Weisheit, Liebe und Kraft erfüllt, die Du jetzt benötigst. Spüre, wie diese reine, leuchtende, weiße Energie ausgehend von der Quelle über den Lichtstrahl direkt in Dein Herz strömt, um Dich mit all den hohen und heilsamen Schwingungen und Frequenzen der Quelle zu versorgen. Die weiße, lichtvolle Energie der Quelle breitet sich nun in Deinem Herzen aus. Erfüllt Deinen gesamten Herzensraum mit Liebe und Licht. Lass Deinen Herzensraum weiter werden. Die Energie erfüllt Deinen gesamten Brustkorb, heilsam und sanft. Löst alle Blockaden, alles was hart ist oder verschlossen, ganz einfach auf. Und Du spürst, wie die Energie entlang Deiner Wirbelsäule strömt. Sowohl nach oben hin bis zu Deinem Scheitel, als auch nach unten hin bis zu Deinen Fußsohlen. Bis Dein gesamter Körper in diesem reinen, weißen Licht strahlt. Mit jedem Ausatmen strömt die Energie ausgehend von der Quelle über den Lichtkabel verbunden mit Deinem Herzen weiter in Deinen Körper und Dein Sein hinein. Lass Deinen Körper immer höher schwingen, immer lichtvoller leuchten. Alle Deine Organe, Zellen, Nervenbahnen erfüllen sich mit diesem Licht und regenerieren sich auf für Dich optimale Weise. Die physischen Grenzen Deines Körpers schwinden. Und Du kannst spüren, wie das Licht sich ganz mühelos über Deinen Körper hinaus ausdehnt. In Deinen Energiekörper, Deine Aura hinein. Immer weiter. Auch hier löst sich jede Blockade unter der Wirkung des göttlichen Lichts einfach auf. So kann das Licht immer weiter strömen. Du wirst immer weiter, heller und lichtvoller. Dein Lichtkörper ist nun aktiv und bietet Dir höchsten Schutz. Schutz vor allem Äußeren. Schutz vor negativen Ereignissen, Gedanken oder Erfahrungen. Schutz vor negativer Energie. Du schwingst in den höchsten Frequenzen des Universums. Das Licht umgibt Dich wie ein schützender Mantel und löst alles Niedere auf. Wenn Du Dir Deines Lichtkörpers bewusst bist und ihn durch Deine Aufmerksamkeit immer wieder aktivierst, bis Dein ganzer Körper in diesem heilsamen, hochschwingenden Licht pulsiert, bist Du geschützt vor allen Energien, die niedriger schwingen als Du. Die hohe Energie von Frieden, Liebe und Freude löst jegliche niedrig schwingende Energie auf. Ein lichtvolles Energiesystem zieht mehr Licht an. Alles Dunkle kann unter dem Licht nicht bestehen. Das ist Dein energetischer Schutz. Und wenn Du möchtest, kannst Du nun all Deine Lieben in Dein energetisches Feld aus Licht und Liebe einladen. Und dieses wunderbare, heilende Licht, das Du bist, mit ihnen teilen. Visualisiere, wie das Licht, das aus Deinem Herzen strömt, sich ausdehnt und sich mit den Herzen anderer verbindet. Sieh vor Deinem inneren Auge, wie ein Lichtstrahl, ausgehend von Deinem Herzen und genährt von der göttlichen Quelle, andere Menschen erreicht. Deine Familie, Freunde und selbst diejenigen, mit denen Du vielleicht Schwierigkeiten hast. Dass Liebe und Licht zu ihnen strömen, sie berühren und auch ihre Herzen weiter werden. Du kannst Dir vorstellen, dass dieses Licht sich nun wie eine wärmende Decke über Deine Liebsten legt und dass sie darunter Frieden, Heilung und Schutz finden. Das Licht legt sich sanft um sie, füllt sie in eine liebevolle Umarmung. Und wenn es sein darf, dann berührt Dein Licht nun ihr ganzes Wesen, ihre Gedanken, ihre Emotionen, ihre körperliche Gesundheit und ihre spirituelle Entfaltung. Sende den Menschen, die Du in Dein Energiefeld eingeladen hast und mit denen Du jetzt Deine schützende, heilsame Lichtenergie teilst. Gedanken des Wohlwollens Gedanken wie Mögest Du glücklich sein? Mögest Du sicher sein? Mögest Du gesund sein? Mögest Du in Leichtigkeit leben? Stell Dir vor, wie diese liebevollen Wünsche in Form von Lichtstrahlen zu ihnen gelangen. Erkenne, dass durch das Teilen Deines Lichts, Deines Herzens, Du gleichzeitig Deine eigene Kraft und Energie verstärkst. Denn Liebe, die geteilt wird, wächst und vervielfacht sich. So wie Du Dein Licht ausstrahlst und es in andere lenkst, wird Dein eigenes energetisches Feld noch heller und kraftvoller. Durch diese Energiearbeit schaffst Du eine starke Verbindung zwischen Dir und den Menschen, die Du liebst. Dein Licht schützt nicht nur Dich, sondern erhellt auch ihre Wege, heilt ihre Herzen und stärkt ihre Seelen. Du bist ein Kanal für diese heilsame Kraft, die nicht nur Dir, sondern auch Deiner Umgebung zugute kommt. Nimm nun bitte einen tiefen Atemzug und während Du ausatmest, spüre, wie Du sanft zurück in Deinen Körper kommst, immer noch erfüllt und umgeben von dem hochschwingenden energetischen Lichtschutz. Bewege Deine Zehen, die Finger und wenn Du soweit bist, öffne bitte in Deinem Tempo die Augen. Wenn Dir diese Meditation gefallen hat, freue ich mich sehr über Dein Like, ein paar schöne Worte in den Kommentaren und Dein Abo. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal, Deine Carmen